Man darf nicht vergessen, dass wir quasi eine zweite Sammlung hier mit aufbauen im digitalen Bereich. Wir haben verschiedene 3D-Verfahren. Eines der neuesten Sachen ist unser Kultarm. Also das wird ein Roboterarm, der halt wirklich um auch Objekte rumgehen kann. Das ist die neueste Technik. Wir kommen da deutlich voran, die Sammlung zu erschließen. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen? Und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Okay, jetzt runter. Ja, ein großer Moment. Der Roboterarm bewegt sich. Wir haben hier eine Mittelformatkamera, die die einzelnen Scans aufnimmt. Das ist praktisch high-end, also sehr hochwertig. Und wir haben unser erstes Objekt. Das ist ein Schädel aus der Paarhofer-Sammlung. Das ist eine große Herausforderung für uns, durch diese unterschiedlichen Objektypen ganz unterschiedliche Technologien zum Einsatz zu bringen, um diese Objekte digital zu reproduzieren. Zunächst mal wird ein grober Scan gemacht und anhand dieses groben Scans wird über Software analysiert, wo die schwierigen Stellen sind. Und das sind in dem Fall zum Beispiel die Nasenöffnung oder die Augenöffnung. Dann wird im nächsten Schritt ein feinerer Scan gemacht mit der Konzentration auf diese Stellen. Das Ganze ist Photogrammetrie. So for this particular object, it will capture probably around 400 images. This is the first system of its kind. It's the only one which has also a lift kit. It's hydraulic lift kit, which can raise also the robot to higher position, which allows also capturing or scanning of very large objects. Also meine Tätigkeit hier am Museum ist momentan Technologieentwicklung. Ich sehe in bestimmten Technologien eine Möglichkeit, wo etwas, was nicht unbedingt für uns konzipiert ist, aber für unsere Arbeit angewendet werden kann. Das Fraunhofer-Institut war dann interessiert, um mit Institutionen zu arbeiten, wo große Sammlungen vorhanden sind. Und bei uns war das Interesse da an der Technologie, das auf unsere Sammlung wiederum anzuwenden. Und so sind wir zusammengekommen. ..